Moinsen, heute schauen wir uns die Verfassung der USA an. Dazu kann in der Klausur so ne typische Aufgabe für Fortgeschrittene kommen. Zieht euch vorher noch die zwei ersten Videos zur amerikanischen Revolution rein. Der Inhalt der amerikanischen Verfassung von 1789 Wir haben die Vereinigten Staaten von Amerika. Die englischen Kolonien lösen sich vom Mutterland und bilden einen amerikanischen Nationalstaat. 1789 tritt dann die Verfassung der USA in Kraft. Wir schauen uns an, wie die Verfassung aussieht, was da drin steht und was die Grundprinzipien sind. Nach dem Unabhängigkeitskrieg brauchen die Kolonien eine richtige Verfassung, weil die erste Version zu schwach war. 1787 wird ein Verfassungskongress einberufen, der so n Teile arbeiten soll. Dabei stehen sich die Föderalisten für eine starke Zentralgewalt und die Republikaner gegen eine starke Zentralgewalt gegenüber. Auf dem Kongress kriegen sie es hin, einen geilen Kompromiss zu finden. Die Verfassung ist fertig und tritt 1789 in Kraft. Wie sieht diese Verfassung jetzt aus? Es gibt drei große Organe. Kongress, Präsident und Oberster Gerichtshof. Der Kongress macht die Gesetzgebung. Fremdwort Legislative. Der Präsident regiert. Fremdwort Exekutive. Der Oberste Gerichtshof. Jo die Richten halt. Fremdwort Judikative. Der Kongress macht die Gesetze mit zwei Unterorganen. Repräsentantenhaus und Senat. Der Präsident regiert indem er die Minister ernennt. Außerdem hat er den Oberbefehl über das Heer. Die Gewalt geht vom Volk der USA aus. Das steht unten quasi als Ausgangspunkt. Zum einen wählt das Volk das Repräsentantenhaus. Der ist ja ein Teil vom Kongress. Zum anderen wählt das Volk über Wahlmänner den Präsidenten. Auch die einzelnen Staaten sind vertreten. Die schicken ihre Leute in den Senat und haben damit Einfluss auf den Kongress. Ich hoffe ihr blickt durch. Solche Verfassungen sind spannend, aber auch nicht ganz so leicht. Wir machen jetzt noch vier Grundprinzipien von der Verfassung. Die könnt ihr in der Klausur raushauen und dann übertrieben Punkte holen. Prinzip Nummer 1 Föderalismus. Das heißt grundsätzlich, das Land ist ein Bundesstaat, der sich aus einzelnen Staaten zusammensetzt. Es gibt also eine gemeinsame übergeordnete Regierung. Die Staaten haben aber auch ihre eigene Regierung und ne gewisse Eigenständigkeit. Prinzip Nummer 2 Volkssouveränität. Das heißt, alle Macht geht vom Volk aus. Das war das Ding, dass das Volk das Repräsentantenhaus wählt. Außerdem wählen die Überwahlmänner den Präsidenten. Prinzip Nummer 3 Gewaltenteilung. Das bedeutet Legislative, Exekutive und Judikative sind getrennt. Also der Präsident macht nicht alles, sondern die Aufgaben sind zwischen Kongress, Präsident und Oberstem Gerichtshof aufgeteilt. Der Kongress macht die Gesetzgebung, der Präsident regiert und der Oberste Gerichtshof richtet. Prinzip Nummer 4 Mächtigleichgewicht und gegenseitige Kontrolle. Auf Englisch Checks and Balances. Das haben wir oben noch nicht angesprochen. Es bedeutet einfach, dass die Organe der Verfassung sich gegenseitig kontrollieren. Zum Beispiel der Oberste Gerichtshof kontrolliert den Präsidenten. Was müsst ihr aus dem Video mitnehmen? Föderalismus, einzelne Staaten mit Eigenständigkeit. Volkssouveränität, alle Macht geht vom Volk aus. Gewaltenteilung, Legislative, Exekutive und Judikative sind getrennt. Mächtigleichgewicht und gegenseitige Kontrolle. Checks and Balances. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de oder ladet euch unsere App runter. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020